so meine freunde das guten glauben ist ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß in dem spiel weil ich persönlich finde es sehr geil haben hier oben einiges auf die punktzahl gebracht die wir brauchen hygienezustand bauer ein kompost platzt werden doch ein dass man zweiten bauen ernsthaft warte was das hier annehmlichkeiten und ich lager war es auch nicht so hier schäune hier das heißt wir brauchen tatsächlich mehrere von diesen kompost plantagen jeder unten da zieht sich dann scheiße zu setzen das hier oben auf den berg da hat es kein zu interessieren so bauen wir da noch eine straße hin dorf wurde geplündert schon wieder ane das ist noch die meldung vom letzten mal ja wir haben alle getötet ne hä geplünderte gegenstände keine geplündert getötet null dorfwohner null gebäude zerstört null was soll der quatsch das bestimmt bug im sinne von dass wir eigentlich doch alle getötet haben aber der irgendwie nicht darauf gekommen ist das jetzt in dem ladevorgang wieder noch mit 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 zu berücksichtigen so wir schauen noch mal eben nach also wir müssen erst mal ich habe heute den tipp bekommen dass wir alle anderen lager das geld unterbieten also die einlagerung von geld verbieten wie macht man das denn ja das finde ich jetzt ein bisschen doof kann man das hier offensichtlich nicht gut aber hier wird ja auch nichts eingelagert vom geld ne wir bauen eine schatzkammer aber hier wird nichts eingelagert das ist schon ein bisschen dämlich aber hier steht davon auch generell nichts also von daher lassen war das mal wie es ist so verbessern 100 bretter stimmt die brauchten war noch und da sind wir jetzt gerade dabei die zu machen wir haben feldfrüchte verloren wieso ach so das müssen wir nächstes jahr machen wir müssen die alle noch vorziehen dass die hier nicht bis in den winter ragen weil das ist dann scheiße dann kriegen wir nämlich keine früchte also keine sachen dadurch einfach alles mal nach vorne ziehen diese paar millimeter schön die machen es dann offensichtlich doch aus gut wie sieht unser korn speicher aus müsste doch eigentlich das ist jetzt das jahr in dem genau in diesem jahr wird das angebaut gut alles klar dann spulen wir mal ein bisschen auf zwei vorwärts dass wir die bretter mal ein bisschen flotter kriegen und dann müssen wir im letzten moment einfach hingehen und gucken dass wir die lager dazu bewegen das geld zu sammeln damit wir das ordentlich für die nächste veraufstufung dann nutzen können aber mir wurde heute geschrieben auf einem kommentar dass man dass man hingehen kann und die lager quasi dazu bringen kann das geld nicht einzulagern dass das alles in der schatzkammer landet wie jetzt hier zum beispiel lagerhaus ach das sind jetzt die verbesserungskosten ich bin auch ein idiot was brauchen wir hier backsteine okay das kommt auf stufe 3 aber hier ist zum beispiel schon gar kein geld drin das ist auch geld ne stapelplatz ist das würde überhaupt kein geld gut das ist mir ein bisschen zu hoch das verstehe ich noch nicht so ganz vor allem wie man das beeinflussen kann das musste ich mir mal angucken schauen wir uns das einfach mal an und sehen weiter dann ja ja das verstehe ich schon dass man einmal gold waren und einmal die nagels hat hier oben baue ich ja auch schon die nagels ab um dann okay du redest jetzt einfach vom lager ja gold machen den haken weg machen äh gucken wir mal ach hier unten ah guten morgen ja ich danke dir dann ist das lol auf jeden fall gerechtfertigt also die sache ist die ich hatte das man hat das irgendwie gar nicht wahrgenommen dass hier diese ganzen produkte auch noch anwählbar sind dass man jetzt quasi sagen kann nimm das da bitte weg und lass das andere drin gut so lernt man dazu ne ja deswegen macht man sowas live und versucht dann natürlich auch ein bisschen die leute dazu zu animieren dass sie eine mal eine nachricht reinhauen dass man sowas dann von alleine versteht oder beziehungsweise mit beihilfe in dem fall danke dafür so da sind auf jeden fall die gold barren drin hier kann man das nicht machen so jetzt müssen wir auf müssen wir denn alle lager dafür einzeln durch klicken ich meine ja oder ach ne das sind bretter das sind keine hier sind nuggets das ist okay da haben wir das gemacht äh ist hier noch irgendwo ein lager das ist kompost was ist das gerberei hier ist aber auch kein lager jaja das das mache ich aber eigentlich schon also das ist äh ich habe hier zum beispiel habe ich eher so rübenkeller stehen damit die mit die sachen von den feldern halt vorzugsweise eingelagert werden und äh bei den produktionsstätten habe ich natürlich dann versucht ein bisschen auch auf lagerkapazität zu setzen ich muss mal gucken ähm hier hinten in dem bereich könnte das tatsächlich aber noch was bringen dass man da gegebenenfalls ein lager aufbaut aber hier ist ein stapelplatz da werden die materialien von drumherum gelagert aber ich meine mich zu erinnern zu können dass ich hier irgendwo noch ein lager gebaut hätte brennholzstapelplatz die können ja alle ein stück weit einlagern und bringen das dann wiederum rüber äh und dort wo dies zum beispiel du hast ein lager neben deinem holzpackpacken und sägewerk und dort wird dann nur holzbretter und feuerholz ach so das bedeutet ah ok jetzt verstehe ich deinen gedankengang das heißt zum beispiel man baut in eine bestimmte produktionsecke ein lager auf und sagt dann diesem lager dass nur die sachen dort eingelagert werden sollen die auch in der nahen umgebung produziert werden habe ich das jetzt richtig verstanden alles klar gut dann werden wir uns dem mal annehmen wir haben jetzt erst 50 bretter wir müssen noch ein bisschen was aufbauen gut dann gucken wir mal was hier in der ecke so steht danke für deine erklärung das hat mir jetzt zum beispiel ein stück weiter ein stück weiter geholfen ich meine wenn du in jeder ecke ein bestimmtes lager baust und sagst dem einfach nicht er soll alles ein also sagst ihm er soll alles einlagern kommt man natürlich im prinzip ungefähr aufs gleiche raus aber das mengenverhältnis ist natürlich deutlich besser gemanagt wenn man es so macht wie du es jetzt erklärt hast also wir haben hier eine sammlerhütte da brauchen wir ähm da wird produziert blattgemüse und beeren das haben wir hier gut das ist ja alles da wir machen wir gucken jetzt erstmal was hier alles steht und nehmen das dann weg hier wird seife produziert bretter klamotten und das ist ein arbeitercamp alles klar gut dann können wir wenn ich das richtig verstanden habe das weghaken das 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 und das und das und das 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 gewürze auch nicht kerzen äh hier wird aber seife produziert das sollten wir drin lassen offensichtlich kommen hier aber auch körper an das wird wahrscheinlich von hier ne das ist der markt wo ist denn hier die korbbude kerzenwerkstatt bergerhütte äh die korbbude die ist doch gar nicht hier wieso kommt denn hinterfragen wir später so bier raus klamotten raus schuster bögen pfeile pfeile kann man mal drin lassen weil hier ist ein turm in der nähe vielleicht kann der sich dann da sein zeug holen gehen so kerzen werden hier aber auch produziert hier ist auch ein jäger dann kann das fleisch dahin beeren und gemüse kann man eigentlich auch drin lassen fisch und fleisch okay jetzt wirfst du mir aber doch einiges noch an arbeit auf aber das mache ich natürlich wenn es danach wenn die produktion danach ein bisschen besser verteilt ist gut aber der rest der ist ja eigentlich in ordnung wir haben jetzt hier das gemüse wir haben ja hier ein sammler ich meine jetzt müsste ich genau auf den punkt gucken was der hier sammelt damit wir das verstehen und gucken was wir hier dann eingelagert lassen äh der ist jetzt hier zum beispiel der sammelt blatt gemüse und beeren weißdorn ist das wahrscheinlich ne okay dann kann man blatt gemüse und beeren das wären das ist das bleich nehmen wir raus das nehmen wir raus rutzel gemüse raus brot fisch 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 medizin raus käse raus milch eier konserve konserve obst und nüsse so dann können wir hier fälle eigentlich auch auslagern wir bauen gleich etwa noch ein zweites lager daneben oder wir bauen das lager irgendwo besser hier in die ecke weil hier sind direkt zwei jäger glaube ich und dann bauen wir hier einfach eine querstraße hin dann kann er hier alles einladen was wir da oben nicht brauchen so aber das sieht ja dann soweit ist eigentlich ganz gut aus würde ich sagen das passt ähm hier oben ist soweit kein lager mehr ne ne okay dann würde ich sagen bauen wir ein lager direkt hinter die schatzkammer also hier irgendwie weil dann haben wir hier nach unten hin die kapazität und nach oben hin äh in die schatzkammer rein das heißt soll ich hier den soll ich hier aufbrechen und dann quasi einen zaun drumherum bauen ja in der schatzkammer kommen ja nur die waffen rein das ist ja hier aufgelistet nutzbare gegenstände die kann man ja hier einlagern und produzierte materialien das wird dann wahrscheinlich das eingelagerte gold sein ähm bedeutet dass man hier die rüstungen sobald ich sie produzieren kann auf stufe 3 ist das glaube ich kann man sowas produzieren dann kann man ja die sachen dann da einlagern und dann lässt man die auf den anderen lagern überall raus so türme sommer ja ja das ist mir schon klar aber hier haben wir ja auch ein lager und können auch rüstungen und waffen einlagern ich meine gut dann nehmen wir das hier erstmal raus und packen dann wie du sagst einfach die waffen in die dingens rein weil die steht ja nutzbare gegenstände könnte ja sein dass das dann hier zur verteidigung genutzt werden kann dass die leute sich da dann waffen holen gehen okay leuchtet ein so jetzt bauen wir erstmal grad zwei türme noch hin auch wenn uns das wieder ein haufen gold kostet so das lager ist dann für diese ecke hier ja bei dem holz ist immer ein problem bei dem holz ist ja so dass wir diesen brennholz stapel platz haben und das problem ist dass ich die arbeiter cams teilweise immer mal wieder umziehe weil halt die hier wie du hier siehst jetzt alles abgeholzt wurde und dann ist da nichts mehr vorhanden und das gleiche mache ich halt auch hier oben jetzt schon das paar das x-te mal ne hier nicht ähm moment wir haben hier unten irgendwo noch so eine holzfällerhütte hier hier habe ich das jetzt auch schon ein paar mal gemacht und habe angefangen hier umzuziehen da halt da weiß ich nicht ob das so klug ist da direkt ein lager hinzusetzen weil das müsste man ja dann auch mit umziehen jedes mal oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch ja alles klar gut dann würde ich sagen da wir hier in diese richtung einen knotenpunkt haben der holz produziert würde ich aber hier ein lager hinsetzen dann könnte hier das holz gelagert werden das ist vielleicht nicht so verkehrt äh sekunde ich weiß gerade nicht das war falsch das können wir wieder abreißen jetzt nehme ich das falsche lager dafür brauchen wir einen stapel platz ne ja muss man gerade gucken aber hier ist ja einer das ist ja völliger quatsch dann haben wir ja hier einen stapel platz wo der ganze kram hinkommt dann ist das ja völlig dann habe ich ja zumindest nicht alles falsch gemacht so gut äh was du brauchst sind wagenbauer das ist doch die wagenwerkstatt ne da habe ich jetzt eine zwei drei stück drei stück ich meine wir hätten noch eine irgendwo noch eine vierte ja hier vier stück habe ich davon hier fehlt mir noch ein mitarbeiter okay das heißt wir können die hier rein theoretisch abreißen und bauen die dann einfach hier oben irgendwo neu mitten im dorf oder hier vielleicht auf der ecke weil da kommen ja auch einige vorbei hier kommen die leute ja vorbei hier kommen sie vorbei und da auch würde ich sagen würde ich sagen ist das erstmal quatsch dann bauen wir hier einfach noch eine wagenwerkstatt hin jetzt muss ich gerade mal schauen das ist das ist eins der gebäude die ich meistens irgendwie überhaupt nicht mehr wieder finde hier war das ne ja hier haben wir sie so so alles klar ja auf jeden fall danke für die effizienz das funktioniert so ein bisschen besser also für die ratschläge vor allem wir haben jetzt noch 400 gold da müssen wir dann am nächsten mal natürlich gucken dass wir hier ein paar sachen wieder einlagern dass wir da ein bisschen flüssiger sind aber das ist das wird meistens ähnlich gekauft bei fälle könnte man mal gucken weil die werden manchmal gekauft dann haben wir hier noch ein bisschen die werden bis zum nächsten mal eh wieder neu die töpfer geschichte haben wir am handelsposten noch ein paar können davon auf jeden fall auch mal ein paar hinbringen so die honig ich muss ja auch noch nicht große verwendung für finden können außer für den verkauf ein bisschen ton können wir auch ein wären aber nicht zu viel da brauche ich im moment noch zu viel von stein steine sind wir eigentlich auch ein bisschen ein paar einlagern so mental ja fellmantel haben wir acht stück von da müssen wir ein bisschen mehr produzieren sind wir hier bei zehn schuhe vielleicht noch fischfleisch bretter oberen bretter 100 brauchen wir nur noch das gold da kommen wir so nicht okay dann lassen wir das erst mal bis zum nächsten jahr warten und dann in der hoffnung dass uns ein händler zeug abkauft weil ansonsten kriegen wir kein geld okay kümmere ich mich darum in der zwischenzeit dass ich noch eine mantelfabrik aufmache das ist hier der fall auch immer viel zu wenig leute drin dass ich jetzt erst also nicht wundern ja lacht durch gekündigt kaputt lachen wie ihr wollt aber wundert euch dann bitte nicht drüber ich habe den letzten drei folgen oder den letzten drei streams hatte ich permanent irgendwelche rates dass ich jetzt die leute hier die bude eingerannt sind und mir ein haufen zeug geklaut haben deswegen bin ich da jetzt gerade vielleicht ein bisschen ander levelt was das thema angeht aber ich stand schon mal deutlich besser da so töpferei seiden rüstungsschmiede beberei nee wo ist denn das mantel teil das muss ich sagen nachher machst ja das muss ich sagen das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen dieses baumenü wo man sich die sachen raussucht also die ressourcen die man dort findet um die sachen zu unterteilen zu kriegen ist ganz gut aber das problem dabei ist einfach dass man diese ressourcen also die kategorien in denen die ressourcen aufgeben aufgedröselt sind müsste man eigentlich noch mehr stilisieren also noch kleiner fassen weil man sonst einfach durcheinander kommt es denn es sind sachen die man wirklich regelmäßig baut wie lagerplätze oder sonst irgendwas dann geht das natürlich so jetzt produzieren aber auf jeden fall ordentlich bretter das ist gut das heißt im nächsten jahr wenn denn der wenn dann die händler kommen kaufen wir auf jeden fall ein bisschen was ein verkaufen wir ein bisschen was damit wir dann einfach da auch ein bisschen besser aufgestellt sind was du bist auf stufe drei sachen kommt du bist zu viel verteilt ja du meinst jetzt mit denen mit den laufwegen ja dass das kann gut möglich sein hier unten in der ecke habe ich halt das hier ist zum beispiel die einzige wasserquelle die ich habe in der ich fischen kann ich habe mir gedacht dass man ja eigentlich alles alles dass man eigentlich alles irgendwie versucht an nahrungsmitteln rein zu bekommen die möglich sind weil allein um stufe aufzusteigen mit dem haus brauchst du ja zwei nahrungsquellen und das war der einzige tümpel den ich hier weit und breit gefunden habe und dann dachte ich mir bevor du jetzt hier nur eine fischerhütte baust du halt noch eine bauste halt noch eine räucherkammer und rübenkeller damit der kram haltbar ist und halt eine unterkunft damit die hier wenigstens auch nicht immer wieder zurücklaufen müssen das gleiche dachte ich mir dann wenn die ebis da hoch müssen dann können die auch natürlich hier noch ein paar sammlerhütten haben habe ich auch wieder einen rübenkeller ja gut und das mit dem holz das verteilt sich halt mit der zeit weil du halt immer wieder in ecken gerät wo halt die wo du halt wo du halt immer wieder kein holz hast und dann musst du halt die ganzen arbeiterkämpfer wieder umziehen und das ist natürlich nervig und dann deswegen musst du dich halt klein bisschen verteilen ansonsten funktioniert das eigentlich nur bedingt habe ich zumindest die erfahrung gemacht soja aber du brauchst farmen ihr habt mit dem holz du musst anders machen ne musst du nicht okay aber am händler da gucke ich mal eben rein bevor mir das jetzt entgeht so trader number one was kaufst du denn siehst du mental was schon mal recht gehabt sehr gut töpfe können auch verkaufen schuhe holz ton kauft er aber nur für also verkauft er nur aber dafür haben wir jetzt unser geld zusammen brauchen 1500 ne gut das haben wir noch nicht aber das müssen wir mal eben transferieren in der hoffnung dass der zweite händler auch noch irgendeinen scheiß kauft so dass wir dann auf das gesamtgeld kommen ach krass geht da doch wir brauchen 1200 so dann direkt noch verbessern bevor uns die kohle hier wieder ausgeht okay gut hier ist ja hier sind ja überall türme also im stadtzentrum hier sind turm hier vorne sind turm man könnte hier noch ein hinsetzen dann haben wir das thema auf jeden fall geklärt verteidigungsanlagen so und dann mauern noch eine mauer ziehen das problem ist jetzt müsste ich dafür hier natürlich einiges abreißen oder ich baue den woanders hin weil den zaun kriege ich halt nicht ganz drum herum gesetzt das ist ein bisschen ja zum tresor ja gut okay dann lassen wir das hier mal mit dem türmchen weil das kostet dann nur unnötiges geld aber ich habe gerade zweiten trader da ich gucke mal gerade ob der uns noch was abkauft und dann ziehe ich den kram um sobald wir die dann hier los sind ach scheiße das ist ja schon wieder weg ne die ist wieder da hier müssen wir gerade pausieren kaufen da haben wir nix paar kerzen haben wir noch ne haben wir auch nicht da steht doch eins das ist in der komplettsiedlung alles klar so hier dürfte aber noch was gehen und die dann haben wir das so dann packen wir das geld auch mal alles darüber so und dann können wir jetzt wirklich nur hoffen dass wir hier jetzt schnell mit dem teil mal da weg kommen dann breche ich nämlich hier gleich den zaun auf und dann machen wir da unten was Gelände einbetten so wir machen wir eben mauren verwalten obwohl ich baue erstmal das gebäude zurück und ersetzt das bevor ich jetzt da die mauer einreißen gut dann sollen die dort erstmal umbauen das ist eine todsünde was habe ich gemacht hast du verkaufskolle habe scheiße echt jetzt kommt ja alles aufeinander gut das ding ist jetzt auf jeden fall ausgebaut das ist okay damit ballert uns jetzt natürlich direkt die ganze zufriedenheit wieder runter also wir werden glaube ich sowieso nicht drum herum kommen den ganzen scheiß nochmal umzusetzen und umzubauen weil wenn da ein theater rein soll dann müssen wir hier oder da ein bisschen was platt machen ich weiß halt nicht wie groß ist denn so eine reichweite von so einem theater also wenn ich das jetzt angenommen ich würde das hier hinsetzen würde das den ganzen bereich hier mit einbeziehen oder ist das tatsächlich was wenn ich das hier hinsetzen dass das irgendwie so ein radius hätte würde sich das mehr lohnen in die mitte reinzusetzen oder eher nicht so das wird umgesetzt dann können wir hier tatsächlich nachher noch vielleicht ein zwei häuser hinsetzen weil die würden sich davon der attraktivität eigentlich ganz gut machen so also du bist viel zu groß deine stadt ist zu groß okay das bedeutet als nächstes werde ich mich erstmal darum kümmern diesen kram hier irgendwie einzuzäunen dass man dann da verteidigungsanlagen aufbaut man kann das ja auch so machen dass man irgendwie versucht hier eine mauer zu ziehen dann hier vorne drumherum bis hierhin weil so obstplantagen zum kram muss man jetzt glaube ich eher weniger einzäunen oder und dann hier hinten wieder und dann hat man halt hier ein kleines einfallstor aber das kann man ja mit 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 ach sag mal schnell mit türmen besser regeln dann würde ich hier frei lassen nämlich für das für das theater das würde sich ja glaube ich ganz gut anbieten allerdings müssen wir als nächstes erstmal schauen ja ja das versuche ich auch in sektionen zu denken also mit sektionen darunter verstehe ich jetzt zum beispiel acht stück das ist eine menge ja komm wir haben müssen denn mit sektionen verstehe ich jetzt zum beispiel so was wie stadt kern und dann haben wir darüber hinaus zum beispiel felder und bewirtschaftung und sowas und dann kommen ganz außen irgendwie ganz außen würden die felder kommen in der mitte die produktionsstätten und dann im kern eigentlichen würde ich die die häuser sehen das wäre so meine vorstellung und das kann man ja aber immer noch machen also ich würde hier das versuchen komplett einzuzäunen bis hier dran oder bis hier hinten dran und die sachen hier müsste man dann eben umsetzen das kann man hier in dem fall jetzt leider nur abreißen aber die kann ich ja nach und nach einfach anderswo bauen das ist ja jetzt gar nicht das problem es nimmt natürlich ein bisschen zeit in anspruch aber das kriegen wir mit sich halt irgendwie hin so mauern setzen erstmal hier um den handels posten eine mauer drumherum das habe ich mir gedacht das heißt dass hier die bäckerei die muss umgesetzt werden ne wir wollen die nicht entfernen wir wollen die umsetzen so das gleiche machen wir hier mit so oh mein gott da zockt man heute einmal mal kurzzeitig ein bisschen fases frontiers rein und dann bekommt man hier direkt so viel zeug um die ohren geboxt was man falsch und scheiße gemacht hat dass man direkt anfangen muss den ganzen kram wieder umzubauen aber prinzipiell finde ich das ja gut weil das einmal dabei hilft das spiel besser zu verstehen weil ich bin jetzt halt nicht so der typ der sich sowas großartig bei anderen anguckt die dann irgendwie keine ahnung einem da tipps und tricks und ratschläge geben weil das finde ich mal ein bisschen doof ich mag das lieber wenn man mit leuten zusammen sich in sowas rein fuchs deswegen ist das ja der grund also einer der hauptgründe warum ich streame und youtube mache und versuche da ein bisschen mit der community zusammenzuarbeiten weil mir das dann doch besser gefällt als wenn es dann irgendwie alles durch ein tutorial oder sonst irgendwie durch irgendwelche hilfs und tipps und tricks videos irgendwie einem beigebracht wird aber unterm strich muss man natürlich auch gucken dass man dann an dieser aufgabe auch ein bisschen wächst und versucht sachen besser zu machen aber das ist ja jetzt hier auch passiert also ich versuche jetzt natürlich hier den kram auch nachzukommen was mir hier arias guardian gesagt hat und da bin ich wie gesagt auch dankbar für also das freut mich doch dass da ein bisschen resonanz kommt und rücken so jetzt hoffe ich dass man hier dass die hier noch rein fahren können dann das wäre natürlich bombe wenn das noch gehen würde aber das musste ja eigentlich klappen da ist ja dann tor das müsste eigentlich gehen so verteidigungsanlagen so gut schauen wir mal hinten noch mal rein das lag ob das jetzt auch so weit geklappt hat alles so lagerhaus hier nehmen wir das mal klamotten drin werkzeuge raus den ganzen kram raus glas war aus nahrung haben wir ja oben eingelagert und hier kommt ja auch kaum welche an glaube ich zumindest wobei vielleicht können wir hier mal drin lassen ich meine hier drunter wären jäger rot lassen wir drin weil hier auch der eine typ steht den fisch lassen wir auch mal drin moment das obst kann man auch mal drin lassen und hier weiß ich jetzt gerade nicht wie wir haben wir das hier oben gelegt hier sind die fälle drin jetzt der kram drin bleich und fisch haben wir rausgenommen das ist gut hier unten ist alles raus obst ist raus okay sieht doch eigentlich ganz gut aus lassen was mal dabei so jetzt halte ich es tatsächlich für eine gute geschichte wenn man hier hingeht und diese kunde so wenn man jetzt hingeht und quasi gesehen fast binderei sich annimmt weil die fast binderei ja dafür auch sorgt dass die lebensmittel haltbar gemacht werden das muss ich nur mal eben schauen wo die war war das bei nahrungs ressourcen konservierungsstätte genau das ist auch nicht schlecht käserweih obstplantage das muss aber bei ressourcen gewesen sein kerzenwerkstatt wo haben wir den scheiß denn war oder war das bei lager was bin dabei ja was doch bretter und dingens so warte mal gerade schauen die einem medis neutral das ok so das wollte ich haben und nahrungsproduktion ist die konservierungsstätte die macht aus obst eingemacht ist wenn ich das richtig gesehen habe das heißt die bauen wir mal hier mit hin so wieso kommt hier kein ton mehr an hier ist die ton geschichte oder zu wenig leute arbeiten so warte mal eben warte ist das am stapel platz wo der ton dann gelegt wird oder ist das wo haben wir denn ein hier backsteine ton ja ok lager platz so was ist dein problem bewohner beschweren sich über unhygienischen kram ja wir haben doch hier irgendwo wo wir hatten doch hier irgendwo so ein hä wir haben doch hier hinten irgendwo so ein teil hingesetzt oder nicht ach hier oben haben wir das hingesetzt ne hier ok der bekommt das heißt hier unten beschweren die sich immer noch das bedeutet das problem ist wir müssen das halt irgendwo ein bisschen weiter weg von den häusern hinsetzen weil hier zieht das halt die scheiße runter bis zum abdenken ne mauern straßen sekunde ich lese sofort ich muss gerade die mauer noch die straße noch hinsetzen so ja mit den kompostern da bin ich jetzt einigermaßen da habe ich jetzt drei einen hier der ist ganz nah bei der farm relativ nah dann haben wir hier oben nur ein der wieder fertig ist das hier unten hat tatsächlich noch nie irgendwas abgekriegt das machen wir mal so und hier oben der hat noch nix ne ne also hat das mit der entfernung der komposter nichts zu tun ja das ist also was heißt entfernung wenn wir jetzt hier einbauen dann hat der hat hier außen der der mensch der da wohnt auch was davon ja das heißt wir können die tatsächlich direkt neben die farm setzen ok so der ist da dann nehmen wir jetzt hier oben den noch da wird gebaut und setzen wir den dahin und den letzten der jetzt hier gleich fertig ist den ziehen wir direkt wieder um und setzen den hier unten nehmen die annehmen die große farm ich glaube das ist dann die beste so so ne da ist nicht dass die menge und die wege alle nehmen die farm damit die den kompost auf die farm schmeißt damit es besser boden gibt ja ja dass das das wusste ich tatsächlich dass das prinzip so ist deswegen habe ich ja gerade auch kompost verteilt und versucht den zu verteilen so jetzt habe ich hier den kram auch hingesetzt habe hier auch drei türme drin auch überall mindestens einer drin ist das heißt hier hier sind auch zwei türme es passt ja so dann eigentlich oder hoffe ich mal ganz gut vielleicht können wir den das lager hier hinten noch einzäunen das war jetzt richtig dämlich ist ja so kann man hier ein tor hinsetzen ja das ist ja so das ist ja ein bisschen geht so haben wir hier lager sowie handelsposten und den die schatzkammer eingezäunt und quasi mit mauern auch vorsehen sowie mit türmen das sollte doch gut sein so ich würde mich ganz gerne mal um nahrungsproduktion noch mal kümmern weil im moment ist es tatsächlich eher so dass das ja so semi läuft wobei wir tatsächlich einige wie damit bist du immer noch nicht zufrieden ja im moment ist es ja so dass was kommt hier vorbei meine farmen farm nummer eins er also ja steinmauern gute idee aber auch sehr teuer und im moment halt schwierig zu machen also ich weiß es nicht moment hier befestigte mauer ok drei stein und tor ja machen war keine sorge kriegen wir hin machen war ist jetzt gerade moment nur ein bisschen blöd auf der anderen seite hast du gar nicht unrecht so kann man das wenn man jetzt hier verbessern geht macht er dann direkt eine steinmauer da draus müsste eigentlich stufe zwei stufe drei versuchen was ja nahrungsvorräte das ist ein problem damit muss ich mich jetzt wirklich mal darum kümmern weil ich weiß gerade nicht so ganz das mit dem brennholz das ist immer so eine geschichte dass das läuft eigentlich gut aber das kommt irgendwie auch nicht richtig dahin wo es direkt gebraucht wird aber gut nahrung nahrung ist ein problem mit nahrung müssen uns mal auseinandersetzen also mit dem weizen versuche ich halt brot zu backen und mit den möhren sowie den erbsen versuche ich alternativ nahrung herzustellen bruchtbarkeit ist natürlich moment relativ weit unten aber das wollte ich halt hier dass das das bereite ich immer in einem der jahre halt auf versuche ich zumindest und durch kompost versuche ich das aufzuziehen dass das besser läuft so 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 Ok. Ja, hier sind halt mehr Nahrungsmittel, die normale Produkte... Ich mach mal grad Pause. Hier sind normale Nahrungsmittel halt versehen, die halt zu großen Batzen von dem auffangen soll, was halt Nahrung produziert. Dazu halt dann auch wieder in einem Jahr halt mehr so die Geschichte, dass die Bauern halt das Feld mal wieder mit Fruchtbarkeit versehen, beziehungsweise das Ganze dann eben ein bisschen hochziehen. Und das gleiche ist halt auch beim letzten hier unten, beziehungsweise ich hab noch eins. Da ist es dann eher darauf ausgelegt, dass wir hier, ich weiß grad nicht wie es heißt, jetzt Fasern, was ist es nochmal? Feldfrüchten, Flachs, den Flachs anbauen, damit wir halt Klamotten produziert bekommen. Und auch wieder ein Jahr zum Aufbereitung und hier unten habe ich noch ein großes Feld und hier ist halt auch wieder relativ viel Feldstatus befallen. Ah ja, okay, da müssen wir gleich mal nachschauen. Mehltau, da müssen wir was anpflanzen für, damit das weggeht, ne? Weiß grad nicht, was es ist, aber irgendwas gibt es dagegen. Ja, und hier versuche ich halt, ähm, genau das gleiche wie oben bei dem anderen halt zu versuchen, Nahrungsmittel mit diesen, ähm, mit dem Weizen halt zu verknüpfen, um halt, ähm, den Kram auffangen zu können, äh, dass das die Mühle halt produziert. Aber wenn du sagst, die braucht dafür schweres Gerät, dann müssen wir da auch einmal nachgucken. Okay, die Rotation ist bekackt, dann schlag was vor. Hilft mir dabei, das besser zu machen? Keine Ahnung, also was ich jetzt anders machen könnte, wäre natürlich, dass man einfach nur in einem Jahr eine Frucht anbaut und in der zweiten Hälfte des Jahres der Bauer drüber rennt oder irgendwie, dass wir da Klee anbauen, um die Fruchtbarkeit schräglich den Unkrautbefall sowie, äh, etc. zu machen. Wobei mir hier gerade auffällt, Unkrautbefall ist riesig hoch, da müsste man sowieso mal mit dem Bauer ran. Ähm, ja gut. Äh, ja, ich habe Discord, das Problem ist, Discord hört sich im Stream ultra beschissen an und deswegen, äh, ist das gerade ein Problem. Aber da können wir gerne mal die, ja, die Tag ist schwierig, also man könnte mal gerne sich mal drüber austauschen, hätte ich kein Problem mit. Das ist nur jetzt gerade doof, weil der Discord, der Sound, äh, in den Stream nicht ordentlich übertragen wird. Das habe ich schon mal gehabt, da habe ich, äh, mit einem Kumpel zusammen, äh, Tiny Tina's Wonderlands gezockt und da war der Sound, äh, total beschissen. Äh, ja, das, äh, das ging dann natürlich, das könnten wir machen. Das ist zu viel Schreiberei. Ja. Ähm. Ja, danke für dein Follow. Äh, Captain Sternburger. Freut mich. Da kommt noch, äh, Arias Guardian auch rein. Das freut mich natürlich auch, auch bei der ganzen, äh, Kritik, die hier so am Start war, jetzt die letzten 10, 15 Minuten. Aber ich habe natürlich auch versucht, direkt einiges umzusetzen und versucht, hier ein bisschen was, äh, klar zu spielen. Also, dass es euch halt auch ein bisschen, äh, zugute kommt, sodass ihr euch mitgenommen fühlt. Aber das Game ist halt nicht umsonst halt, äh, relativ schwierig, ne. Also, es ist halt auch das Gute da dran. Ähm, das Spiel macht voll Spaß. Ja, da hast du natürlich recht, das Game macht unheimlich viel Bock. Das Ding ist nur, ähm, dass es halt auch unheimlich umfangreich ist und man viele Dinge oft nicht beachtet. Und mein Problem ist jetzt gerade zum Beispiel, dass ich, ähm, mein Nahrungsbestand ist halt ultra gering und da wollte mir jetzt gerade Arias Guardian ein bisschen helfen, dass ich mir bei ihm mal kurz den Stream anschaue, sodass er mir zeigt, wie man sich mit den Feldern rumschlägt, beziehungsweise wie das funktioniert. Ich weiß jetzt nur gerade gar nicht, ähm, welchen hast du den, bist du bei dir? Auf dem, wahrscheinlich bei dir drauf, ne. Ich guck mal gerade. Äh, lopp. So, zack. Okay, also im Moment bist du auf jeden Fall noch offline. Dann würde ich mir eher versuchen, bei den Feldern hänge ich auch lange Fruchtbarkeit hochbekommen. Ja, äh, Fruchtbarkeit, das versuche ich halt immer in einem Jahr mit den Bauern und dem Klee auszugleichen, um das dann hoch zu pushen. Und in anderen beiden Jahren versuche ich natürlich dann immer ein bisschen Essen zu produzieren. Hier unten ist mir aufgefallen, dass das Feld halt total befallen ist. Das habe ich gerade eben aber auch erst gesehen, deswegen werde ich jetzt im nächsten Jahr erstmal hingehen und versuchen das Ganze, ähm, hier ein bisschen, äh, Unkrautbewuchs. Ja, die machen den Unkraut auf jeden Fall weg. Würde ich direkt dreimal reinhauen, damit die dann auf jeden Fall im nächsten Jahr den Kram machen. Kühe nebenan machen und Bäume pflanzen. Ja, auch gut. Das Problem ist nur, ich bin jetzt gerade seit vielleicht 10, 15 Minuten an dem Punkt angekommen, dass ich mein Haupthaus auf Stufe 3 gekriegt habe und jetzt tatsächlich erst wirklich, ähm, solche Sachen, die du gerade ansprichst, auch überhaupt erst nutzen kann. Also von daher ist das gerade schwierig. Ich habe mich wirklich lange damit rumgeärgert, meine, meine Zufriedenheit auf über 30 zu kriegen, um überhaupt erstmal in den Genuss der Stufe 3 zu gelangen. Das war gar nicht so easygoing. So, ich gucke nochmal gerade bei Arias Guardian drauf, ob der jetzt live ist oder nicht. Der scheint aber immer noch offline zu sein, okay. Vielleicht meint er auch doch Discord, aber da sagte ich ja so und so, aber da müsste ich dann auch mal, habe auch ein paar Mal neu angefangen. Ja, ich habe jetzt, äh, tatsächlich einmal neu anfangen müssen, das lag aber daran, dass ich einen ultra krassen Schwierigkeitsgrad drin hatte und gar nicht gemerkt habe. dass das so krass eingestellt war und ich dann da ultra krass kassiert habe. Jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich unsere Leute über den Winter kriege und vielleicht ein bisschen Fleisch einkaufe oder so, falls die hier was verkaufen. Ach, guck mal, die verkauft aber auch Kühe. Das wäre natürlich eine Idee. Kann man die ganz normal, die kann man einlagern, ne? So, wir kaufen mal zwei von denen. Ah, ne, zwei kosten einen Haufen Geld. Wir kaufen mal eine. Ach, das findest du witzig, ja? Ich finde das dann, glaube ich, gar nicht witzig, aber gut. Wenn du das witzig findest, dass alles, was du dir hart erarbeitet hast, auf einmal, äh, alles kaputt ist. So, ich soll zwei Kühe kaufen. Okay, dann kaufe ich halt zwei Kühe. Aber dann wird es teuer, Leute, ne? Also nur, dass ihr das hier seht. So, jetzt hab ich noch 200 Geld. Zwei kaufst du. Ja, ist ja gut, Asgardian. Ich hab zwei gekauft. Herrgott, noch eins. Immer mit der Ruhe. Wegen der späteren Vermehrung. Ja, gut. So, okay. Also wir sollten am besten, wie ihr sagt, neben ein Feld, sollen wir eine Scheune bauen, ja? Damit wir hier hingehen. Was hat er geschrieben? Was steht da jetzt? Moment. Moment. Auf diesem Feld gibt es mindestens eine freie Anbausaison. Wüsste ich gerade nicht wo, weil die sind, ach so, wahrscheinlich meinen die das hier damit, ne? Ja, die machen Babys, dann sind die dann einzigen Kühe. Okay. Ähm, ist es denn jetzt klug, hier unten neben das größte Feld die Scheune zu setzen und dann quasi gesehen die Viecher da drauf zu lassen, damit die da das Unkraut wegfressen? Alle Felder müssen zusammen sein, so im Kreis in der Mitte die Farmen. Beruhigt euch. Jetzt schlagt euch hier bitte nicht die Köpfe ein, weil der eine meint, der weiß es besser wie die anderen. Ähm, also wir können, Asgardien hat wahrscheinlich, Ari Asgardien hat wahrscheinlich nicht so Unrecht. Man könnte jetzt natürlich hingehen und ringsrum Felder bauen und in die Mitte die Scheune und dann das ganze Ding quasi auf alle Felder ausbreiten. Das ist wahrscheinlich gar nicht so dumm, aber dann würde ich dazu tendieren, hier oben die Felder abzureißen mit der Zeit. Die vier Stück. Die lasse ich jetzt natürlich noch da, aber ich würde dann hier ringsrum Felder ansetzen und in der Mitte die Scheune. Mit dem Kompost. Ja, ja, alles klar, habe ich verstanden. Aber dann kann ich ja jetzt hier schon mal eine Scheune hinsetzen, die Viecher da grasen lassen, dass die das Unkraut wegfressen und dann rundherum mit der Zeit anfangen, die Felder zu, äh, detransportieren. Kann man das so sagen? Ja, ein Zaun drumherum. Ja, habe ich verstanden. Den Fehler habe ich schon in meinem ersten Game mal gemacht. Da ist es mir passiert, dass ich eine Scheune gebaut habe, Kühe drauf gesetzt habe und dann Wild kam und die alles zerfetzt haben. Das war total beschissen. So, Nahrungsproduktion, ne? Ist das doch, oder? Ressourcen? Nein, da muss ich jetzt mal eben schauen. Das ist so ein Problem. Da finde ich mich irgendwie nie zurecht. Bäckerei. Scheune. Hier haben wir es doch. Benötigt Blakuh, genau, und produziert Fleisch und alles andere. Okay. So, dann würde ich sagen, packen wir das Teil hier hin. Mit dem Gesicht nach da. So, bauen den Shit. Jo, deine Kühe machen das aber auch. Okay. So, jetzt setzen wir hier den Zauntor einbauen, sonst hast du durch und dann, was? Eine durchgehende Mauer. Äh, ja, ja. Leute, ich komme mir gerade vor wie in der Schule, Alter, wo dich der Lehrer für völlig dämlich hält. Von wegen, ja, mach das besser mal, sonst hast du nachher ein Problem und du denk dran, eine durchgehende Mauer, ne? Kommt keiner mehr durch. Ach, Sternenburger, du gefällst mir. Geiler Scheiß. Du musst da drauf achten, was du anbaust. Okay, äh, könnte es sein, dass die Kühe von irgendwas sterben oder warum muss ich darauf achten? Weil im Moment baue ich hier, ähm, Weizen an und Bohnen oder fressen die Kühe dann das angebaute Zeug. Aber bisher habe ich ja alles so gemacht, wie es... Ne, die fressen dir die Rüben. Ah, okay. Ah, ja, okay. Was, Plünderer, die Wichser, wo sind die? Boah, das sind aber heute jetzt einige. Ja, lass die doch mal hier in die Mitte kommen, bevor ihr die kaputt klopft. Ja, ich habe es gemerkt. Es sind jetzt schon deutlich mehr als vorher. Aber ich habe ja ein bisschen aufgerüstet, ne. So ganz so beschissen bin ich jetzt nicht. Alles klar. So, ich muss mich unbedingt um, äh... Großatsch, Dorf wurde geplündert. So, Umfang des... Ah, fuck, die haben Fälle gezockt. Umfang des Raubzugs, neun Plünderer getötet, sechs. Das ist nicht schlecht. Das heißt, es sind nur drei übrig geblieben. Und dafür haben die aber 20 Fälle gezockt, die Wichser, Alter. Okay. Wieder 20. Das ist, glaube ich, aber noch die eine, oder? Kann ja sein, dass jetzt irgendwie... Dorf wurde nach fünf getötet. Scheiße. Ah, so ein Driss. Ja, ich muss mich hier eigentlich auch vollends gerade mal um Nahrung kümmern, weil das ist ein Riesenproblem. Ja, das habe ich gerade auch verstanden, dass es zwei waren. Äh, im Nachhinein kommt das dann alles aufgerollt. Aber die Sache ist die, dass verhältnismäßig ja dann doch gar nicht so viel geklaut wurde. Ich meine, was haben sie geklaut? 40 Fälle? Okay, ist scheiße. Kann man... Steckt man jetzt nicht ganz so gut weg? Aber unterm Strich, muss ich sagen, haben sie sich doch einigermaßen gut dann gemacht noch. Wird das hier eigentlich verbessert? Ja, wird das alles klar. Ja, da hast du recht. Ich kann dir ein bisschen Gold transferieren, wenn du willst. Dann hast du da vielleicht ein bisschen was davon. Du lässt dir aber auch nichts erspart, ne? Ach, ne. Herrlich. Nett und freundlich die Welt heute wieder ist. Aber ich erkenne deine Nettigkeit im Sinne von, dass du mir geholfen hast, viele Sachen anders zu machen. Von daher, alles gut. Ah Gott. Ich kriege Tränen in den Augen vor Lachen, ey. Ohne Quatsch. Ja. Für die Neu-Dazugekommenen, wen das interessiert, ich wollte es einmal gesagt haben, habe ich nämlich in diesem Stream bisher noch gar nicht gesagt. Streamzeiten sind bei mir immer dienstags, donnerstags ab 17 Uhr und dann auch sonntags ab 12, 1 Uhr mittags. Der Stream sonntags ist meistens auch ein klein bisschen länger als die anderen beiden Tage. Wenn ihr da Informationen zu haben wollt und mich ein bisschen supporten wollt, geht gerne mal auf Twitter und folgt mir da, weil das sind meistens, kommen da immer die top aktuellen Infos, wann ich streame und ob der Stream mal ausfällt oder sonst irgendwas. Das wäre ganz nett, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist euch überlassen. So, wieder neue Sachen. Die sind rabiat. Die haben mir in einer Karte mit 450 Einwohnern mal 25k Gold gezockt. Danach war ich am Arsch. Wie viele Einwohner hast du schon? Das ist heftig. Ich habe 173 Einwohner. So, das Ding ist fertig. Sehr gut. Das könnte man auch direkt verbessern. Was sagt ihr? Macht das Sinn oder sollte man es erstmal so lassen, wie es ist? So, jetzt müssen wir hier aber erstmal einen Zaun drumherum bauen. Direkt verbessern. Alles klar. So, Straßen. Äh, ne, Mauern und Straßen. Jetzt bauen wir hier einen Zaun drumherum. Da reicht aber doch hier das einfache Zeug, oder? Da muss ich jetzt keinen dicken Steinzaun drumherum bauen, oder? Nix da. Zaun. Ja klar, Zaun. Aber muss das der Steinzaun sein? Also Felssteinmauer oder? Okay, einfach. Klick die Scheune an. Die wird gerade verbessert. Die kann ich nicht anklicken. Ach Leute, macht mich aber auch wahnsinnig, ey. Bau nachher, wenn die Felder da sind. Okay, also mit der Scheune jetzt eigentlich erstmal gar nichts machen, sondern erstmal Felder drumherum ziehen, sagst du, ja? Können wir machen. Feld. Ja, da war ich ja gerade drauf. Da kann man die Herde vergrößern, beziehungsweise die Größe der Herde festlegen und die, das Weideland kann man da festlegen, ne? Ja, da war ich ja gerade drauf. Okay. Du meinst so eine Räucherkammer umbauen, ja? Attraktivität, was hat denn da die Attraktivität mit zu tun? Das ist doch eine ganz normale Arbeiterbude. Kann man darauf scheißen? So, das ist das. Ja, toll. Jetzt passiert hier ein bisschen was viel, was ich nicht so ganz beeinflussen kann. Das ist einmal Holzproblematik. Muss ich mich erstmal gerade um solche Sachen kümmern? Sorry, Leute. Weil sonst geht mir hier gleich, äh, krepieren mir hier gleich die Leute ohne Ende. So, die haben aber hier immer noch Holz am Start. Da könnte man höchstens ein bisschen nach da verschieben. So. So. Easy schließt ein Sägewerk. Ich hab drei davon. So. 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 Eins weg. Das Problem war, dass ich eine ganze Zeit lang Bretter brauchte und ich mit der Zeit vercheckt hab, den Kram wieder abzumachen oder auszuschalten. Das ist jetzt passiert. Haben wir ja gemacht. So. Da oben zwei. Hier ist eins. Das eine wird abgerissen. Das brauchen wir nicht mehr. So. Scheune fertig. Und jetzt. Haut mal die Infos raus, Leute. So. Wir haben einmal die Herdengröße und wir haben die beide einstellen. Herdengröße. Zack. Bestätigen. Hab ich gemacht. Aber jetzt baue ich doch erst einen Zaun drum rum, oder? Weil wenn so Wildtiere angehen, dann hast du doch hier echt das Problem, dass der Scheiß dann für die Katz ist. Handelsposten, so jetzt die Kühe wahrscheinlich da rüber transferieren, ne? Hab ich. So. Gesamtlager Handelsposten. Hier. Gesamtlager. Bestätigen. Gesamtlager Handelsposten. Mach mal confirm. Sind da jetzt beide drin oder ist da nur eine drin? Stand 2 von 12. Alles klar. So. Jetzt aber Zaun, oder? So. Jetzt meinst du Weide einstellen, ja? Hier. Und dann einmal aufs Feld. Nicht. Auf Gras. Gut, hab ich gemacht. Aber was ist, wenn jetzt hier wieder Wildtiere kommen? Das letzte Mal haben die mir die Kühe weggeschlachtet. weil kein Zaun drum rum war. Weil kein Zaun drum rum war. denn soух. Ich muss erst mal abweisen. Okay, das klappt so nicht. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich neue Felder ansehen. Okay, das klappt. Ich glaube, den Zaun hätte ich besser vorher gebaut. Ich weiß es auch nicht. Wäre mir lieber gewesen. Nein, 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 Leute. Das hätte ich mir, glaube ich, vorher machen sollen mit dem Zaun. Ich bin mir nicht so sicher. Ich vertraue ihm da, dass er wirklich weiß, was er tut und dass er da Plan hat. Aber das hier hätte ich, glaube ich, lieber vorher getan. So, jetzt haben wir Dorfbewohner, die an Würmer erkrankt sind. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Boah, Alter, das mit der Nahrungsmittelknappheit, das habe ich so aber auch noch nicht gehabt. Also zumindest nicht in der, nicht in dieser Form, dass es so heftig war. Das ist nämlich jetzt das Blöde. Jetzt rennt die Kuh hier durch die Gegend. In alle Himmelsrichtungen. Die kommt wieder. Du bist da echt gelassen, ne? Ich habe schon mal zwei Kühe, sind mich schon mal krepiert und weggeflogen. Und da habe ich über 1000 Geld ausgegeben für die Scheiße. So, ich habe jetzt hier ein Feld angelegt. Da habe ich ein Feld angelegt. Und hier unten habe ich ein Feld angelegt. Die brauchen jetzt natürlich eine gewisse Zeit, bis die dann funktionieren und alles klar, ne? Die hier habe ich jetzt erstmal noch stehen gelassen, damit wir wenigstens ein bisschen Nahrung produzieren. Weil, wie gesagt, Nahrung ist gerade echt ein Problem. Da kommt nicht wirklich was rein. Ja, produziert Nahrung. Aber es ist bei der Menge an Leuten mittlerweile echt problematisch geworden. Aber unsere Steinmauer kommt voran. Und da jetzt keine, nur nicht woanders. Alles Smoker, ja, weil dann Lagern überall sind. Nur nicht wo sie sein müssen. Ja, das ist ganz nett ausgedrückt. Ich befürchte fast, dass wir hier ein Problem kriegen, dass hier keine Mauer gesetzt werden kann. Gut, müssen wir dann später nochmal reingucken. Ansonsten setzt sich da einen Turm vor oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist ganz nett. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ziemlich stressig hier heute Abend. ZDF, 2020 Ja, das habe ich gerade nicht. In den Timeout versetzt. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, ich kann das gerade nicht aufheben. Da komme ich so gerade nicht ran. Ich werde das erinnern, dass das beim nächsten Mal nicht mehr passiert, weil das ist ja eine total beschissene Geschichte. Wird jetzt schon zweimal auch in den Timeout versetzt. Merkwürdig, was der Bot da treibt. So, jetzt ist hier langsam aber alles mal versetzt. Das heißt, wir können jetzt hier mal anfangen, die Straße abzureißen. Das heißt, wir können jetzt hier mal anfangen, die Straße abzureißen, die Straße abzureißen, die Straße abzureißen. So, das hat jetzt hoffentlich dann funktioniert. Jawohl. So. 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 So, Scheunzaun ist jetzt fast durch. Fruchtbarkeit steigt langsam, weil ich ja jetzt das eine Jahr hier, ist jetzt gerade vorbei. Da geht es einigermaßen wieder nach oben. Diesen Dämmchen Mehltau, den müsste ich mal irgendwie wegbekommen. Da muss ich mal eben gucken, da gibt es eine Frucht für. War das der Klee? Ne, das ist die Fruchtbarkeit, dann war es das hier. Ne, das war es auch nicht. Wie kriegen wir diesen scheiß Mehltau weg? Moment. Weizen benötigt fruchtbaren Boden und Krankheiten können zu... Denkt dran, Kühe essen Weizen und die Rüben also Futter. Ja, das versuche ich jetzt auch zu regeln. Aber ich versuche gerade eigentlich erstmal diesen scheiß Mehltau hier wegzubekommen. Bohnen, Erbsen, Buchweizen, Karotten. Irgendwann ist das Wochenende... Blütenblätter. Was? Hm. Diesen Dämmchen Mehltau werde ich glaube ich so schnell nicht los. So, hier ist auf jeden Fall im Lager, Getreide ist da. Ein Feld für die Kühe bin ich ja auch am Bebauen oder am Bepflanzen, dass wir da vorankommen. So, jetzt ist der Zaun aber auch fast fertig. Hier fehlt noch ein bisschen was. Und beide Kühe stehen im Zaun, das ist schon mal gut. Müssen hier hinten noch die beiden geschlossen werden, dann haben wir es. Könnte man überlegen, ob man dann hier bald eine Tür rein macht. Damit wir dann auch hier hin kommen und hier hin kommen, dass wir die immer auf alle drei Felder setzen können. Milch zaffen, aktivieren noch, kannst du im Markt Milch verkaufen. Okay. So, haben wir das auch gemacht. Mal zwei Räucherboden, die produzieren ja auch Fleisch, die Dinger. Okay, ist das tatsächlich hier so realitätsnah, dass wenn man jetzt sagen würde, man aktiviert das Melken, dass die dann auch erst Kinder bekommen oder vorher passiert da gar nichts. Ist ja wieder so ein typisches Alleinstellungsmerkmal für dieses Game. Dass es halt eher dann wirklich sagt, okay, an die Realität müssen wir uns rantasten. Alles andere so ein bisschen kennen. Kinder bekommen die auch so. Okay, dann ist das nicht eine Realitätsnah. So, hier soll man auf jeden Fall noch verbessern. Verbessern, verbessern, verbessern. Damit wir da besser aufgestellt sind. So. Immer mit dem neuen Jahr steht da ein neues Vieh geboren. Okay. Das ist ja dann gar nicht mehr so weit entfernt. Ich hoffe, dass die Felder hier einigermaßen schnell an die Produktion gehen können, damit wir die hier hinten abreißen können. Damit wir unsere Stadtmauern erweitern können, weil das scheint jetzt mittlerweile wirklich an einen Punkt zu gelangen, wo es problematisch wird. Ja. Jetzt hoffe ich, dass wir diese blöde Mauer da oben schnell gezogen bekommen, weil ansonsten wird das hier echt ein Problem. Dann müssen wir auch irgendwann mal anfangen, Straßen zu verbessern, damit die Bewegungsgeschwindigkeit sich gegebenenfalls erhöht. Und alles, was über deine festgelegte Viehherdengröße ist, wird automatisch geschlachtet, bekommst du gleich. Vielleicht. Ach so, okay. Okay. Das heißt, über die zwölf Tiere hinaus, was darüber hinausgeht, wird dann automatisch geschlachtet. Okay. Ach, Bestand drei. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Jahr gehabt, wo die dann quasi gesehen den Kram schon ausgegeben haben. Das ist natürlich krass. So, hier sollten wir noch ein Lager hinbauen. Da können wir dann die Milch einlagern, die Kerzen, das Fleisch und so weiter. Das ist ein Gottverdammte Mehltau, der nervt ehrlich gesagt ziemlich. So, hier wird jetzt auch zugezogen, das ist gut. 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 Wir müssen uns auf jeden Fall als nächstes darum bemühen, dass wir hier anfangen, mehr Nahrung zu produzieren, weil ansonsten wird das hier, glaube ich, mit der Zeit ziemlich ekelig werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir hier unten einmal eine gewisse Herde haben, dass das dann einigermaßen gut funktioniert und auch schneller funktioniert, was das Thema angeht. Gelesen habe ich jetzt speziell nichts dazu, aber das Spiel ist jetzt wie lange auf dem Markt? Ich glaube einen Monat oder anderthalb Monate. Ne, ich meine, es wäre ein knapper, ne, Anfang September. Wann kam das Game raus? Helf mir mal auf die Sprünge. Ich meine, es wäre jetzt knapp einen Monat alt, oder? Das heißt, in der Regel kommt bei solchen Early Access Geschichten meistens irgendwie was nach drei Monaten, zwei, drei, vier Monaten um den Dreh. In dem Fall kann man so mal gucken. Ich habe bei 400 Leuten circa sechs Kuhfabriken, habe keine Fleischprobleme, okay. Bei 400 Leuten hast du sechs Kuhfabriken. Fabriken vor allem, Alter, das kannst du dir doch nicht sagen. Ja, da kann man natürlich dann mal überlegen, ob man dann demnächst direkt eine zweite baut. Müssen wir mal gucken. Geburtenrate, Kampfeffizienz, Einwanderungsrate, Arbeiterrate, okay. Ja, das mit der Nahrung ist echt ein Problem, ne? Da müssen wir jetzt echt mal gucken, dass wir da langsam vorankommen. Äh, jetzt habe ich gerade gesehen, Kleidung ist auch ein Problem. So, das sind Mäntel, das ist die eine Geschichte. Jetzt haben wir aber auch noch, was haben wir hier? Die produzieren Seife, da kann auch mal einer mehr arbeiten. Aber wir brauchen auch noch Klamotten und Klamotten. Warum dauert das hier eigentlich so lange? Ton. Ach ne, Backsteine, uh, hab ich gar nicht gesehen. Können wir eigentlich wieder abreißen, das Ding. So, Seife, ja, Seife sind die ja am produzieren. Wenn du sagst, es ist ultra wichtig, dann kommt noch einer dazu. Ähm, das Ding reißen wir mal eben wieder ab, weil wir haben, uns fehlt gerade noch die andere Produktionsstätte dafür. Ähm, jetzt muss ich mal eben schauen, wo sind denn, hier ist das glaube ich, ne? Klamotten, genau, Schuhe. Da kommt noch ein zweiter mit dazu. Hier, ah ne, das ist das Burgnerhäuschen. Obwohl, wenn wir die Leute haben, kann er da auch arbeiten. So, und das ist die Weberei. Die machen wir auch mal komplett voll mit Leuten. Neutztier geboren, jawoll, sehr gut. Wir kriegen Fressalien, Leute. Seife und Schuhe sind voll wichtig. Äh, hab ich auf 11. Seife und Hygiene und Schuhe gegen Verletzungen. Ähm, okay. Ja, ich hab ja jetzt grad die Weberei mal aufgepumpt und hab da ein bisschen mehr Leute eingestellt. Vielleicht hier noch eine Street hinbauen, dass die überhaupt da irgendwie hinkommen. Ja, dankeschön, mal was Positives zu hören in diesem Stream. Wobei, vorher hab ich, ähm, hab ich Elden Ring gezockt. Ein paar Minütchen, also ein halbes, dreiviertel Stündchen. Und das, da sieht das schon anders aus, ne? Da brauch ich mir nicht so viel Mühe zu geben und brauch nicht so viel nachdenken. Das heißt, es geht einigermaßen. Äh, ah, guck mal, Händler ist da. Mal eben reingucken. Wäre ein bisschen Fleisch dabei oder so. Ein bisschen was kaufen können. Oh, wir haben so viel Holz. Ach ja. Seife, Steine. Steine noch ein bisschen. Da haben wir aber nichts im Lager liegen. Scheiße. Auch nicht. Verdammt. Okay, wir müssen aber eigentlich Fleisch einkaufen können, oder? Bei ihm aber nicht. Okay, dann muss ich mich mal gerade noch um was anderes kümmern. Hier arbeiten zwei. Da auch zwei. Das mit dem Brennholz ist ein riesen Problem. Da könnte ich tatsächlich fast noch eine dritte Bude bauen. Damit wir da einfach besser aufgestellt sind. Weil Brennholz ist irgendwie jeden Winter knapp. Und wir haben hier oben 1300 Holz liegen. Also das macht irgendwie recht wenig Sinn. Äh, wo ist denn der Scheiße? Das muss doch bei Ressourcen sein, oder nicht? Konservierung, Käserei. Das muss doch hier bei sein. Brennholz, Stabelplatz. Da ist er doch. Das muss doch hier bei sein. Bestätigen. Fälle sollen wir ja nicht verkaufen. Da sollen wir ja eher gucken, dass hier, ähm... Das mal hier an den Punkt kommen, dass wir eher Mäntel verkaufen. Steine brauchen wir eigentlich selber. So, Ton können wir noch ein bisschen... Transferieren, Töpferei-Geschichten können wir ein bisschen transferieren. Das Getreide will ich nicht weggeben. So, Trader Nummer 2, was hast du denn? Ach, jetzt ist der... Ne, hier ist er doch noch. Mal gerade auf Pause machen. Ach, hier. Okay, hab ich das auch verpiert. Hier hat der aber gar nichts, das ist unterwegs. Hier, aber Holz haben wir ein bisschen was. So, was ist denn mit Essen? Verkaufst du Essen? Nö, toll. Das ist blöd. Ja, ich hab ja jetzt dafür gesorgt... Sala, hier steht ein Gebäude in Flammen. Wo denn? Schon gelöscht. Äh, ich hab ja jetzt dafür gesorgt, dass Sachen transferiert werden. Also vom Dingens zum Handelsposten. Das heißt, das müsste eigentlich einigermaßen jetzt gut funktionieren. So, hier sind wir jetzt bei 2. Hier bei 4.000. Dass das ein bisschen länger dauert, das war mir aber bewusst und klar. Gut, ich glaube für heute muss ich dann leider aber auch mal hier Feierabend machen.